Ich las, du hast dich zu mir, du hast eine große Transparenz kreiert. Und auch die viele Wien in der Galerie, hier an dem Neubau sind, wurden dort zu beigetragen, dass man relativ gut optisch, eine visuelle Konnexion durch die Gebäude an den verschiedenen Ständen hier gestaltet hat. Gebäude ist nicht nur noch besser von allen guten Beamten, sondern auch noch besser von den Bürgern. Im Gegensatz zu der Erle-Organisationen und Organigramm, wo man alles neu schangiert hat, und wo man hier stehen, und bei der Erle-Organisationen, die man einfach zu prämieren hat, die der Schlussregelung sollte, die das so gut gehen. Was zum Ganzen ein Verständnis im Eifeltreffekt hat, und dann hat die Taxi auch nicht auf die Stattung. Doch wir haben dann an den Neubau eine ganz neue Vertikale Diskussion gelöst, bei den neuen Anderen-Achsen. Die neue Anderen, wie du siehst, hat es nur am Niveau von Trottmann. Das ist wirklich richtig, an die Bayeraner, an das dann auch mit automatischen Dieren so konzipiert gehen, dass es dann auch ganz einfach, dass wir alle Leute an, machen wir mal Kutschwerke bei Ratskunden an die verschiedenen Services dann zu bauen. Schon trotzdem hoffentlich können Sie sagen, dass diese Eden, die Subsidien, die von der Regierung ausgestellt sind, respektive die von dem Interieur ausgestellt sind, dass das genau die sind, die schon die Flexibilität dran haben, die der Bürgermeister auch geschwört hat. Weil sie nämlich adaptiert sind, weil sie nämlich ausgestellt sind, an Funktion von der finanziellen Situation von den jeweiligen Gemengen. Und das, am Gegenteil, zu einer ganzen, einer Rutsch von Subsidien, die von Regierung seit, vis-à-vis zu den Gemengen transferiert geht. Was natürlich dazu feiert, dass die Gemengen, die am meisten haben, die am meisten können investieren, weil hier finanziell gut ist, aber am meisten von der staatlichen Transparen an die Gemengen können profitieren, dass das ein Schiefwerk, die man kurzfristig auch anzusammen haben muss, dem Namen Silikol, müssen diskutieren, aber man muss zu Änderungen kommen. Und es sind auch überzehnt, dass Nationale Solidarität, frei am Land, weit genug geht, dass man dadurch fertig bringt. Ich wollte euch noch felicitieren, auch für die Initiative, heute bei der Erweihung von der Gemengen, und um die Bevölkerung zu denken. Für ein Port und Wert zu machen, für ein Freund der Leute, auf diesem Flottenberg, hier das Haus, das das Haus von der Birger, das Gemengenhaus, wie der es nennt, mit dem der Birger hier das Haus, für ihn dort zu weisen. An den Architekten tut das, wir haben in den Schluss schon, einen ganz flotten Überblick gegeben, weil das Herr Noah wird, wenn wir das Haus hier können gucken gehen. Ich kenne davon aus, dass das heute ein richtiges Schmucksteck ist, und dass die Dicke-Recherwerte hochfrisch abgeteilt gemengen ist. Nein, ich kenne ja vielmals merci, für die Initiative zu sehen, und ich wünsche euch noch ein schönen Lauf und alle wieder zu sehen. Merci. Ich sollte immer das Stadthaus Lohr können gucken gehen, zu der offiziellen Visite übergehen. Allein muss man dann den Minister, ich kann doch zu verriechen, ich habe das heute zu dicker, als ich jetzt erst noch 14 trinke, und ich denke, da soll ich einen kleinen Esel dabei. Stift. Vielen Dank, aber ich sage dir immer so schön, dass ich mich nicht mehr so schön bin. Vielen Dank. So, dann geben wir zum Aufschloss von der Zeremonie, die Minister nach Biede für sich an Gölnberg von der Stadt Dikrisch anzudrahen an so wie das bei der letzten Ouvertur in 1915, wenn ich so noch am Kappel, in 1959, war auch die Gemengenröte, Mama von Gemengenröte und Gölnberg auch scheinen zu lassen, weil das schon in 1959 gemacht hat. So schlecht kann es schon nicht gewesen sein, weil wir nur noch mal nicht der Zellige Traxen haben. Ich stehe mir an, dass ihr Bench in ist, dann machen wir da drunter, dann machen wir die Bench in der Stadt Dikrisch anzudrahen, weil wir auf der Treppe kommen. Vielen Dank. Vielen Dank.